Ich komme einfach vorbei und jetzt nenne ich auch noch den zweiten Grund, was das Gefährliche an diesem Inflationsthema ist. Wir privaten Sparer, wir werden dadurch zur Kasse gebeten, weil eben unsere, ja das Geld wird weniger wert. Ja, das haben wir jetzt eben geklärt mit dem Baumarktbeispiel und dem Blumenbeet. Und der zweite Punkt ist dann eben, dass man nicht nur keine Zinsen bekommt. Und ich zeige mal, wie die Leitzinsentwicklung hier ist. Das findet man zum Beispiel auf finanzen.net Leitzins. Nicht Letizins, sondern Leitzins. Na, ich habe es ja hier schon einmal gesucht. Da findet man nämlich den Zinsvergleich sehr, sehr gut. Und der aktuelle Leitzins ist eben hier seit dem Jahr 2016 bei 0,00%. So, das heißt, es gibt keine Zinsen für Einlagen bei der EZB. Und schlimmer noch, es gibt ja Negativzinsen. Das ist ja nur der Leitzins, der bei uns ankommt. Dann gibt es ja noch den internen Verrechnungszins und der ist ja im Minus. Das heißt, wenn eine Bank, wie eine deutsche Bank, ihre Kundengelder anlegt und die müssen sie anlegen, die liegen ja nicht im Keller. Die sind quasi virtuell bei der EZB gelagert jeden Abend. Da gibt es Einlagefazilitäten und, und, und. Ich will da auch nicht zu tief in die Buchhaltung abschweifen. Die bekommen quasi gar keinen Zins mehr, sondern müssen sogar was zahlen. Also wenn so eine deutsche Bank alle Kundengelder über Nacht anlegt und da sind es als Beispiel, ich weiß nicht wie hoch die sind, als Beispiel 50 Milliarden, dann kommen sie am nächsten Tag nur 49 Milliarden, 999 Millionen zurück. Und da sagt dann der deutsche Bankchef, ich habe mir das mal durchgerechnet. Da fehlt, da fehlt eine Million. Freunde, was ist da los? Ich rufe gleich die Christine an, äh, Christine Lagarde, Entschuldigung. Da fehlt eine Million und dann lässt er sich durchstellen. Christine ist gerade irgendwo in Davos oder sonst wo auf einem Gipfel. Und, äh, ihr Vertreter sagt dann, das ist der Negativzins. Sag doch einfach nicht Negativzins, sondern sag dazu den Kunden, ähm, weil ihr das Geld verwahrt. Irgendwie, das ist eine Gebühr. Oder, da sagt der deutsche Bankchef, äh, hm, 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 Gebühr klingt so böse. Ich sag mal Entgelt. Entgelt klingt gut. Ja, und, ähm, dann nennen die das Verwahrentgelt. So, und schon zahlt das jeder Bürger, der Guthaben hat, mit. Sternchen jeder Bürger, Fragezeichen. Bisher gibt's Schwellen. Bisher, ja, und die Schwelle war immer so um die 100.000. Das heißt, ganz, ganz viele, ähm, auch aus dem Bekanntenkreis haben gesagt, das geht mir überhaupt nischt an hier. Ich hab bei Spanien für die Rente 75.000 hier. Da kauf ich mir vielleicht einen Tesla und noch irgendwas Lustiges für meine Frau. Und ansonsten geht mich das alles nischt an. Pustekuchen. Die Schwellen sind teilweise auf 50.000 runtergegangen. Und wenn du zum Beispiel bei der Postbank ein neues Konto eröffnest, liegt diese Schwelle bei 25.000. So, und dann wird's, glaube ich, für ganz, ganz viele, die vorher noch gar nichts damit zu tun haben, interessant. Weil, hm, Verwahrentgelt, wer möchte denn Geld abdrücken, für was, wo es nicht mal eine Gegenleistung gibt? Das kommt ja einer steuergleich. Ja, das ist wie, wenn, äh, man sagt, ich schaue kein, ich hab gar keinen Fernseher, zum Beispiel. Ich hab keinen Fernseher. Ja, ich schaue auch Helene Fischer schon nicht. Nichts. Trotzdem muss ich je zahlen. Ja, also solche Beispiele gibt's ja auch. Es kommt einer steuergleich. Auch wenn's ein anderes Wort ist. Es ist kein, keine Strafzins oder Steuer oder sonst was. Es ist einfach Verwahrentgelt. Das klingt anders. Aber es ist faktisch dasselbe. Es wird Geld vom Konto abgebucht. So, und wie funktioniert das? Dann, für diejenigen, die denken, ab bestimmten Guthaben, das Guthaben sinkt immer weiter ab. Da ist das Verrechnungskonto, das Wertpapier-Verrechnungskonto mit integriert. Da ist auch integriert das Tagesgeldkonto und das Girokonto. Und wenn man Unterkonten hat für, was weiß ich, Rücklagen für einen ETF-Sparplan, den man einmal im Jahr nur besparen möchte, für eine Steuerrückstellung beispielsweise als Selbstständiger, der tut ja seine Steuer in der Regel auch erstmal zurücklegen, weil er sie irgendwann am Ende des Jahres oder quartalsweise zahlt. Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und, und, und. Und das legt er zurück. Also all diese liquiden Mittel, die zählen zusammen und die dürfen zusammen eben dann nicht mehr als 25.000 sein, am Beispiel der Postbank. Und die ersten Banken gehen jetzt schon dazu über, das nicht ab dieser Schwelle zu berechnen, zu besteuern wollte ich schon sagen, zu berechnen, also nicht ab 25.001, sondern ab dem ersten Euro. Also das heißt, du bist über der Schwelle, bumm, ab dem ersten Euro Verwahrentgelt, Schrägstrich Strafzins. Und dann werden viele vielleicht eher darüber nachdenken, was mache ich überhaupt mit meinem Geld? Warum liegt es so rum? Sollte ich es nicht lieber investieren? Erstmal überlegt man natürlich, kann ich es irgendwie von A nach B schieben? Kann ich es irgendwo in Sicherheit bringen? Nein, kann man irgendwann nicht mehr. Also ich habe das auf Bialo gelesen, Bialo, und da gab es nämlich einen schönen Artikel drüber, wo, ja, stand, wie viele Geldinstitute das jetzt schon haben. Und zwar im laufenden Jahr sind es 230 Banken und Sparkassen. Und hier steht auch, insgesamt sind es schon 490 Banken und Sparkassen mit dem Negativzins. Und für ein Kundengeschäft sogar 520. Das trifft ja auch jeden Dachdecker, jeden Wasserheizungs-Gas-Installateur, der auch klar die Lohnbuchhaltung macht und der entsprechend mehr Einnahmen hat, das Geld auch mal liquiditätsmäßig ein paar Wochen vor sich hinschiebt. Und dann muss er davon einen Teil abgeben. Obwohl das Geld am Ende des Monats, wenn er die Löhne auszahlt und das Material bezahlt, auch wieder weg ist. Ja, trotzdem muss er es erstmal vorhalten und dann wird es wegbezinsbesteuert. Also schon krass. Und hier steht unter anderem, Freibeträge gibt es bei einigen ab 5000 Euro nur noch und mindestens 30 Banken und Sparkassen kassieren ab dem ersten Euro. Also das heißt, exemplarisch wird es so sein, denke ich, dass in einem Jahr, wenn das so weitergeht mit der EZB-Zinspolitik und der hohen Liquidität und Inflation, dass wir hier komplett auf alle Guthaben, die man da hat, Strafzinsen zahlt. Ja, und das ist ein Punkt, wo man ausweichen möchte. Ein Beispiel, und das hat mir auch der Christian Kemmerer, der Deutschland JFD, Marketing- und Institutional-Chef, oder wie er heißt, ich weiß den Titel nicht ganz auswendig. Also wenn er zuhört, tut mir leid, wenn ich es nicht so wiedergeben kann. Aber man hatte mir da geflüstert, oder er hat mir geflüstert, dass das zum Beispiel für die Broker-Konten nicht gilt. Also das heißt, auf dein Trading-Konto, hau die Kohle erstmal da drauf, ist genauso sicher, gibt es ja Einlagenschutz und so weiter, aber keinen Negativzins. Da gilt es noch nicht. Man weiß nicht, wie lange, aber da kannst du der Sache erstmal umgehen. Und das zweite Punkt ist halt dann investieren. Also zur Not, mach dir ein eigenes Wikifolio und kaufe das Wikifolio als Zertifikat. Dann hast du ein Finanzprodukt liegen und kein Bargeld. Mach auf alle Fälle nicht diesen Fehler, und ich empfinde das als Fehler, das Geld abzuheben komplett und zu Hause zu bunkern, oder teilweise im Garten zu vergraben, sonstiges. Nicht nur, weil es dir dann auch gestohlen werden kann, im schlimmsten Fall, das Haus brennt ab, Papiergeld ist weg, selbst eine Goldmünze schmilzt wahrscheinlich, wenn dein Haus abbrennt. Und zum anderen kannst du es auch nicht schnell liquidieren, wenn irgendwann mal was ist. Also hast du einen Sack Goldmünzen, musst du erstmal irgendwo in eine große Stadt fahren, zu pro Aurum, sonst was, und die Dinger umtauschen zum Tagessatz. Und dann ist natürlich bei Bargeld auch die Inflation, die am Preisverfall nagt. Also lieber in ein Produkt investieren, in ein halbwegs sicheres Produkt, logischerweise, du willst ja nicht, dass das Geld weniger wird, und dann am Kapitalmarkt so ein Stück weit mitschwimmen. Das wäre so. Heute habe ich aber was ganz, ganz Ausführliches erzählt, was gar nichts mit dem aktuellen Kurs zu tun hat, weil der aktuelle Kurs sich auch gar nicht so stark hat. Kurs zu verholt,